... ... ... ... ... ... ... 1. 2. 5. 6. 5. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 8. 9. 10. 10. 11. Auf der Nummer 3 kommen wir zum ersten Halbfinale der Frau gewingst das jeder 57 KM. Hier stehen sich gegen über Amelie Stoll Bayern und Jennifer Frobe Randenbogen. Zeigt sich bereit für ihr Halbfinale Jennifer Schülle in Württemberg und Saskia Wüst in der Anklasse 2. 1. 12. 12. 13. 13. 13. Vielen Dank. 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 Thank you. Vielen Dank.